Hey Leute was geht's? Ich bin's Timmy Freunde hier seht's schon ich bin nicht gerade auf der Youtuber Insel also eigentlich schon dies da drüben Freunde denn ich bin gerade auf dem Weg zu Shuttau und ich dachte ich nehme euch mal mit Freunde aber das will ich auf jeden Fall mit euch zeigen So und... Hey hey was machst du da? Hey man warte mal ich wollte gerade mit Shuttau reden Ehrlich? Ja man ey Shuttau man du weißt gar nicht was der für Antworten hat man Geh mal runter man red doch mit ihm Du hast dich ja voll verändert bro Ich hab mich nicht verändert Was machst du für eine komische Rüstung an? Ich sehe so viel besser aus ich bin jetzt blau man ich bin auf meinem Weg dazu mehr und mehr Seelen zu holen und je mehr Seelen ich hole desto mehr verändere ich mich desto besser sehe ich aus man und ich hab das Gesicht des Untergangs gesehen das Gesicht von Shuttau Das Gesicht des Untergangs Was baffelst du da? Du hast gar nichts zu tief ins Glas geschaut Soll ich es dir zeigen? Junge ich geh da jetzt runter Hä? Hä? Timmy du bist hier erschienen Junge wer ist hier? Was ist das hier? Was ist denn hier los Alter? Beine wo bist du? Ich bin Shuttau man Ich werde dich aufessen man Ich werde euch alle aufessen man Timmy Wieso hast du die Hellkrieger verlassen Mann? Wieso hast du die Hellkrieger verlassen? Du wirst dafür bestraft Was gibt hier ab Alter? Was ist das für eine Falle hier? Wo bist du du blöd? Komm her ich mach dich fertig Alter Komm her zeig dich doch Shuttau man Wir werden euch alle vernichten Mann Was geht denn mit dem ab Alter? Jetzt komm mal her Du bist doch besessen oder so Bro wo ist der? Wo bist du? Wo bist du Junge? Wo bist du? Shuttau man wird dich aufessen Mann Ich kann das nicht mehr ne Ich kann das nicht mehr Wo bist du denn blöder? Ey du da 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 Ich hab dich gefunden Da bist du Hä? Hier Da Ich mach dich platt Junge wo bist du Beule? Beule Hä? Was ist das? Was sind das für komische Lichter hier? Junge was sind das für Lichter? Der Tod kommt näher Der Tod von euch allen kommt näher Von einen Leuten die nicht in den Hellkriegern sind Von Leuten wie dir Timmy Von Leuten wie dir Wir werden alle eure Seel für unsere Axtzäunen Und du kannst dich nicht dagegen wehren Timmy Schau mal Boil hast du irgendwie einen Schaden oder so? Du bist hilflos Ich hab einen Schaden Ich befehle dir Befehlt mir Was würde er mir befehlen? Der Blödmann Ich schau mal wo es da wirklich nach unten geht Warte mal Der hat da bestimmt irgendwas gemacht Der Dummkopf Irgendwas hat er da unten gemacht Und ich will gucken wo es da hingeht So Du musst hier Ey du Blödmann Da bist du doch Wirklich bin ich hier Warte Timmy Feucht mir Ich will dir was zeigen Komm mal mit Was will er mir jetzt schon wieder zeigen? Ich war da schon unten Was ist denn jetzt hier? Ey ich werde das nicht auf mir sitzen lassen Freunde Keine Ahnung was hier Beute sich denkt oder so Aber wenn es wirklich diesen komischen Shuttower gibt Dann muss der mit mir reden Ey das gibt Ist er da unten? Ne Ist auf jeden Fall nicht da unten Okay wie war das nochmal? Muss dreimal seinen Namen sagen Freunde Erst dann redet er mit einem Okay Und das müssen wir jetzt alle gemeinsam machen Ich muss herausfinden was mit Mit Kiro passiert ist Warum der so ist wie er ist Okay Hört mir jetzt zu Auf drei Freunde Und lasst alle ein Like und ein Abo da Shuttower 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 Hallo Timmy Ich gebe dir mal meine Aufmerksamkeit Das ist ehrlich nett von dir Danke dir Shuttower Endlich können wir mal unter vier Augen reden Und zwar würde ich gerne ein paar Sachen wissen Unter anderem würde ich gerne wissen Was eigentlich deine Mission auf der YouTuberinsel ist Ich existiere schon länger auf der YouTuberinsel Wir haben mich nur nicht bemerkt Meine Mission Erfahre nur auserwählte Leute Und er ist schon länger hier Das sind schon mal wichtige Antworten Freunde Das war aber nicht alles so blöd Man Ich bewährle es Ey Was ist eigentlich mit Kiro? Was passiert eigentlich mit ihm? Und warum ist er so wie er ist? Hä? Du hast ihn fort Kiro ist sowas wie meine rechte Hand Er ist der wichtigste Teil Meinen Plan Mehr erzähle ich dir dazu nicht Okay, okay Das war schon mal viel Aber kannst du vielleicht noch eine Frage beantworten Und zwar Bist du stärker als Mira? Stärke ist immer eine subjektive Wahrnehmung Nur verschwinde meine Zeit nicht länger und verschwinde Mann, du stinker Sei leider leise Ey Ich bin Timmy der Mächtige Oh Ich war natürlich Oh mein Gott Das kann doch eigentlich nur Mira machen Junge Ich will es jetzt wissen Äh Shatter was stinkt Shatter was stinkt Shatter was stinkt Oh mein Gott Okay, okay, okay Ich mache Ich mache nur Witz Alles gut Vielleicht hast du deine Daseinsberechtigung Und vielleicht sollte ich Kiro Nicht mehr so So blöd anmachen Wegen Shatter Vielen Dank Dass du mir die Fragen beantwortet hast Und ähm Ich will dich auf jeden Fall nicht stören Bei deiner Mission Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder Shatter Ich muss jetzt aber auch losen Meine Zeit kommt von genug TV Nicht jetzt Aber später Oh mein Gott Hau einfach rein Tschüss Ich will nie wieder was von dir hören Alter Oh mein Gott Das ist doch gruselig Ist das gruselig Bro Der Typ ist doch verrückt Leute Ich sage euch ehrlich Der Typ ist absolut gaga Ey Keine Ahnung Was da dieser Shatter In diesem Typ gefahren ist Aber der ist auf jeden Fall sehr gefährlich Wir gehen jetzt ganz ganz schnell zurück Zur YouTuber Insel Ich werde das auf jeden Fall Mooney berichten Ey Und wenn ich das Mooney berichtet habe Dann werden wir gemeinsam Diesen Shatter Endlich vernichten Freunde Darum geht es nämlich Wir müssen Shatter Aber vernichten Ein für allemal Alter Und daran kann mich niemand hindern Leute Ich stehe hier so Und sitze hier so Und ich sage euch ehrlich Das sieht richtig cool aus Guckt mal hier Hier ist schon das andere Ende Von dieser Brücke Und da hinten müsste eigentlich Mooney sein Ist da Mooney Hey Da ist Mooney Ey Wie süß wäre das Wenn ich jetzt von der Seite hier Das fertig baue Und sie von der anderen Seite Das da noch fertig baue Das wäre richtig süß oder Wir fliegen mal rüber Oh mein Gott Oh mein Gott Fast gestorben Wartet mal Und landen Hi Mooney Hi Timmy Na alles klar bei dir? Bei mir ist alles klar Und bei dir? Bei mir ist nicht so alles klar Ich war gerade an einem Sehr verstörenden Ort Und das war wirklich sehr gruselig Weißt du? Bei welchem Ort warst du denn? Ich war bei dieser Koordinate 666 Und 666 Und das alleine Hört sich schon richtig gruselig an Hast du recht Was war denn da? Da war dieser Shatawa Shatawa Ja Shatawa war da Und ich hab ihm drei Fragen gestellt Und er hat mir dreimal geantwortet Und hat mir zwei Totems gezogen Oh äh Welche Fragen hast du denn gestellt? Ich hab ihm gestellt Äh Was ähm Naja Was seine Mission eigentlich Auf der YouTuber Insel ist Und hat da irgendwas geschwafelt von Ja das hat schon immer da war Auf der YouTuber Insel So komischen Quark halt Weißt du? Und dann hab ich ihm die Frage gestellt Warum Kiro so ist wie er ist Und dann meinte er Dass Kiro irgendwie seine rechte Hand ist Und dass er unantastbar ist Und so ein Quatsch Und die letzte Frage war Was mit Mira ist Und ob Mira Stärke ist Und dann meinte er Äh Stärke ist nur eine Ein Ähm Also äh Stehen Ist nur ein Angesicht Verstehst du? So Ansichtssache Okay Ich verstehe Ganz komische Sachen hat er da geredet Und es hat mir richtig Angst gemacht Und dann hab ich gedacht Ich muss gucken ob es dir gut geht Nicht dass bei dir was passiert ist Weißt du? Bei mir war alles chillig eigentlich Okay Okay Und ich hab gesehen Du hast die Brücke schon weiter gemacht Äh ja Das andere Ende ist jetzt fertig Das sieht richtig gut aus Und jetzt muss man nur noch In der Mitte das machen Das stimmt Und den Weg darunter Auf der anderen Seite Hm Den Weg darunter wo? Also jetzt hier Auf der gegenüberliegenden Seite Achso ja Ich hab da ne Idee Ich baue von der Seite Und du baust von der Seite Und in der Mitte treffen wir uns Hä? Äh Hast du das gehört? Was war da? Da war grad irgendwie ein Muni oder so Nein du 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 Doch 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 Nein du tust nur halluzionieren Da war gar nix Hier ist nix Hier wieder war was Da ist nix Ich bin doch bei dir Wer soll denn hier sein? Hörst du was? Irgendeine gruselige Stimme Dann soll die gruselige Stimme nochmal kommen Wenn sie sich traut Haha Ich hab vor niemandem Angst Junge Guck da ist niemand Okay vielleicht hab ich's eingebildet Du hast dir das nur eingebildet Mach dir keine Sorgen Außerdem ist heute der große Tag Der große Entscheidung Ähm Hast du gut geschlafen? Ich hab super geschlafen Und du? Ich hab Super duper geschlafen Und ähm Wer war denn da gestern wo stehen geblieben? Richtig? Ja Bei der Entscheidungssache Ja genau genau Und egal welche Entscheidung du triffst Ich akzeptiere und respektiere wirklich jede Entscheidung Und bin immer da Okay Ich hab sehr lange drüber nachgedacht Was ich sagen werde Ja und meine Zuschauer Haben mir auch echt geholfen Bei der Entscheidung Ehrenzuschauer Pass auf Ich hab's wieder gehört Hä? Hä? Nee nee Alles gut Ich dachte ich hab was gehört Aber war nix War nur Marienkäfer Achso okay Äh ja Deine Zuschauer haben dir geholfen Und ja Und die Entscheidung ist Ähm Ja Ja Hä? Ehrlich? Ja Jo das ist richtig cool Das heißt wir können das neue Kapitel endlich starten Wie cool ist das denn? Das sind auf jeden Fall richtig gute Nachrichten Und ich werde das auf jeden Fall in Ehren halten Und werde dich nicht enttäuschen Versprechen Versprochen Okay super Ja das kann ich auf jeden Fall betiteln Und äh Ich weiß du bist immer am Wochenende live Das Ding ist nur bei mir Ich muss immer am Wochenende halt Die YouTuber in so privat retten Verstehst du? Privat retten? Ja ja Und ich muss da gewisse Dinge machen Und deswegen kann ich nie da sein Irgendwann mal werde ich erzählen Warum ich nie da bin Aber das ist wirklich Ein ganz wichtiges Ding Wenn ich das nicht mach Dann gibt's Probleme Auf der YouTuber Insel Okay Verstehen Verstehst du? Aber ich bin sonst immer da für dich Guck mal Es ist Sitashi Online Und Tridan und so Und ich glaub Mit denen haben wir ja auch Gar keinen Stress mehr Das heißt Eigentlich Müssten wir ziemlich sicher sein Auf der YouTuber Insel gerade Oder? Stimmt Wir haben nur ein paar Problemen Mit Kiro Diesem Shuttower Und den anderen Und den anderen Können kriegen Ja aber ich bin Shuttower Ich sag dir ehrlich Ich glaub vielleicht ist das einfach Eine abtrünnige KI Von diesen Mira Weißt du? Vielleicht hat Tobi ja Einen kleinen Programmierfehler gemacht Und auf einmal Ist dieser Shuttower Einfach das Böse Gegenstück Dazu Stell dir da das vor Das kann gut sein Das kann ehrlich sein Weil ich sag dir ehrlich Der hat mir Totems gezogen Und das kann eigentlich Nur ein Admin machen Stimmt Ja und auch wie er redet Und so Er zeigt sich nicht Ist auf einmal da Das ist sehr sehr Suspekt Ja Das stimmt Das ist sehr suspekt Wir müssen da auf jeden Fall Wachen Hast du eine Idee Wie wir diesen Kiro Wieder normal machen können? Ich hab keine Ahnung Vielleicht Hörnkiger Fähigkeiten Nehmen Oder so Weiß nicht Wir müssen auf jeden Fall Als Paar Eine Sache gemeinsam machen Und das ist Kiro wieder retten Das sollte unsere erste Aufgabe sein Weißt du? Damit die Leute sehen Dass wir wirklich Auch was bewirken können Okay super Und ich werde natürlich Hier weiterhin Bei diesen komischen Brücken Hier bauen Und da helfen Komisch? Ähm Ja bis jetzt ist sie komisch Weil die ist noch nicht fertig Okay hast recht Ja siehst du Wie geht's eigentlich Dein Papagei? Ähm Lange Geschichte Ehrlich? Bei mir auch Eine lange Geschichte Im Stream hat Steinchen ihn umgebracht Wow Bei mir fängt die Geschichte Mit Snoopy an Snoopy hat ihn erledigt Oh nein Was ein Zufall Dass wir die beiden Größten Höllenkrieger Loser Die keine Höllenkrieger sind Unsere Tiere kaputt machen Das stimmt Hatte dann einen Namen? Ja ich hatte ihn eigentlich Äh Äh Fliegi genannt Fliegi? Ja Fliegi Weil er kann ja fliegen Weißt du Und Fliegi so fliegen halt Okay verstehe ich Okay verstehe ich Wie hast du deinen genannt? Coco Wie? Coco wie die Kokosnuss Oha das ist auch richtig cool Weil er Kokosnuss äh liebt oder Der mag diese diese Bohnen davon Diese äh Samen Genau haben die Zuschauer entschieden den Namen Fand ich richtig cool Aber jetzt ist Coco leider nicht mehr unter uns Äh vielleicht können wir ja neuen äh zähmen Warte ich hab ne Idee Wäre richtig cool Lass mal da oben hingehen Da können wir bestimmt neue zähmen Okay Oh mein Gott Leute Ich werd dir jetzt einmal ein Geschenk machen Werd dir noch so nen komischen Papageil schenken Ich glaub da wird sie sich richtig freuen Aber die Frage ist ob hier noch welche Oh mein Gott Creeper 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 Ey Creeper? Da ist ein Creeper Ja warte ich rette dich Da sind zwei Creeper Haut ab hier mit euch Weg Oh mein Gott uns gerettet sie auch noch Ey was geht denn hier ab Hier sind voll viele Und meine Hexe ist auch noch da Juu Siehst du noch nen Papagei? Hier ist einer Wo 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 wo? Unten unten Äh im Keller? Ja im Keller Im Kissenlager von Flauschi Warte mal Was macht der da? Der chillt sein Leben hier Das ist cool Oh mein Gott die Hexe ist da Die Hexe Gargamel ist da Oh mein Gott Ich mach dich fertig Hexe Gargamel Bam Ich hab sie platt gemacht Lebt der noch? Oh Gott ja er lebt Nein er ist auch vergiftet Der Arme Oh mein Gott der wurde einfach vergiftet von ihm Das ist sehr sehr gefährlich Ich kann ihm mal ein paar Hä? Der will gar keine Kakaobohnen Ich glaub Seeds nur Warum will er nur die Seeds? Hä? Ich weiß nicht Aber den musst du auf jeden Fall sehen Das könnte deiner sein Ich? Okay Ja Hat das funktioniert? Oh ja wir haben ihn Yippie Guck mal wie nice Hä der steht ja auch viel besser als der andere Der hat nämlich so gelbes Haar obendrauf Das sieht aus wie so ein kleiner Racker Stimmt Richtig cool Ja das sieht richtig gut aus Und ich sag dir ehrlich Dieser Vogel wird immer für unsere Liebe stehen Auf jeden Fall Ich hoffe nur er wird nicht getötet Wie die anderen Ne wir müssen ihm ein Gehege bauen und so Aber eigentlich können wir ihn hier unten lassen Oder? Aber er kommt ja mit mir mit jetzt die ganze Zeit Stimmt Also das geht nicht Ich hör ja noch andere Vögel Sind hier noch andere Vögel? Ich weiß gar nicht Hm Ey das Haus ist richtig kaputt gemacht worden Bestimmt auch von Snoop und Alphasteinchen Bestimmt Sag ich dir ehrlich Oh Gott Ja wir müssen uns auf jeden Fall aufpassen Ich hab gehört dass Kianus auch irgendwie so Sonnenkrieger gemacht hat Sonnenkrieger? Ja und dass da auch einiges abgeht bei denen Weißt du Aber ich weiß nicht ob die Sonnenkrieger gut oder duke sind Das weiß ich noch nicht Da müssen wir auch mal hingehen und vielleicht mal fragen Oh Gott Creeper Hä wo dein wo dein wo dein Ich hab Creeper Sounds gehört Du nicht? Nein Hier war nix Doch hier ist ein Creeper Oh mein Gott da ist ein Creeper Ja 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 ich mach ihn fertig Weg mit dir Oh Du hast den Papagei getötet Achso der Creeper Nein Ey lach nicht Du hast den Papagei gebracht Das war ein Zeichen für unser Tribut Das wir immer zusammenhalten Er hatte nicht mal einen Namen Ey ich hab ne coole Idee Wollen wir ein Geschenk holen? Ich kenne da so einen Ort wo viele Papageien sind Okay Wir fliegen einfach hinterher Oh nein Nein Leute Dieser blöde Creeper hat alles kaputt gemacht Jetzt müssen wir hier einen neuen suchen man Ich wollte dir doch ein Haustier geschenkt machen Das gibt's doch nicht man Hier muss es bestimmt Papageien geben Hallo Kuckuckuckuck Papagei Wo bist du? Hier gibt's doch Papageien oder? Ah ja hier gibt's welche Ja genau Und auf den passen wir dann wirklich richtig gut auf Ähm Hoffentlich Vielleicht holen wir uns sonst einfach einen Hund Ich mein die sind ein bisschen robuster als Papageien glaube ich Ein Hund? Ja oder so ein Wolf oder keine Ahnung was das ist Okay okay Ähm Die Frage ist wo sind diese Papageien? Siehst du einen? Ich seh keinen Vielleicht finden wir auch einen Panda-Bär oder so Ein Koala wäre richtig richtig cool Es gibt Koalas? Äh ja Pandas Kordas Oha Aber wieso gibt's hier keine Papageien? Ich glaub die wurden alle ausgelöscht Oh nein Oh oh das ist gar nicht gut Hallo Papagei komm da raus Pik 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 Hallo wo bist du? Verdammt Das ist schwieriger als ich gedacht hab Hä? Wo bist du hin? Wie süß Ja das ist äh Fritzi Fritzi? Ja ich nenn ihn Fritzi Oh Gott ist er knuffig Hm der ist rot und so Der ist richtig selten glaube ich Der steht hier richtig Ja aber eigentlich wollte ich ihn dir Äh ein Bier geben Aber das Ding ist äh er wollte sich dann nie anschließen Wo geht's da eigentlich runter? Da ist noch einer ein grüner Oha den musst du nicht unbedingt holen Hallo Komm her Ja hol dir Hä? Ja ich hab ihn Jetzt haben wir wieder welche Wir sind die Papageienfamilie Ja Oh mein Gott nein Ey das geht's doch nicht jedes Mal wenn wir eingriffe Pass auf pass auf pass auf pass auf Enderman Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott nein Nein Ist er weg? Du hast den Papageien getroffen Nein 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 Ey nein 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 ich sterbe Ich sterbe Ich sterbe Oh mein Gott Oh Gottesman Ey ich kann das nicht mehr Nein ich will keinen Papageien mehr Nein 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 Ich hab ein halbes Herz Okay verstehe ich Halbes Herz Ja Was ist denn im Totum? Ey man jedes Mal wenn ich einen Papageien hab Kommt irgendein Creeper Dann kommt da was Alles gut tot Dann hab ich's genug Ey das gibt's doch nicht Warum? Irgendwas möchte dass wir keine Papageien züchten Kann gut sein Dann nimm am besten Ein Schwein Nein Hör ich bin doch nicht Snoopy Ich suche mir jetzt noch einmal einen Papagei Und wenn der auch weg ist Dann gibt's richtig Ärger Okay mach das Ich helfe dir Es muss hier doch irgendwo einen geben Bitte Papagei Oh da ist ein Skelett Pass auf Ja das Skelett soll mich in Ruhe lassen Ich will nur einen Papagei haben Papagei Wo bist du? Pik 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 Zeig dich bitte Am besten noch mal einen roten Ja ja Papagei Papagei Let's go Hi Papagei Hier guck mal was ich für dich hab Hä? Aber ich geb dir doch Essen Ja Okay Hat funktioniert Und warum ist hier eine Enderchest? Egal Moni? Ja? Äh Guck mal was ich hab Wo bist du? Hinter dir Ich hab einen neuen besten Freund Oh wie süß Ja Das ist der der vorher äh Naja Wir reden nicht drüber Aber ich glaub jetzt sind wir endlich vereint Und jetzt kann uns nichts mehr trennen Okay Okay bis morgen Tschüss Bis morgen Ciao Boah Leute das kann doch nicht sein Äh Ey wenn der jetzt auch drauf gegangen ist Rast dich aus Nein Leute bitte nicht Mann meine Papageien gehen die ganze Zeit drauf Ich glaub ich kann nicht mehr Papageien Ja da ist er ja mein bester Freund Okay den werd ich auf jeden Fall beschützen Freunde Bis dahin würde ich sagen Tschüss Euer Timmy